Ja, hallo und somit herzlich willkommen zurück zum zweiten Part von Ready or Not. Es lief das letzte Mal ja nicht so gut. Ich habe ausversehen zwei Officers von uns gekillt. Sorry dafür. Ich hoffe, es läuft jetzt mal besser. Aber, äh, ja. Ich bin hier! Hände auf! Ich habe deine Hände auf deinen Läden! Geh, helf mir! Das ist Protokoll. Okay, 1, 2, 3. Geh deine Hände auf mich! Oh mein Gott, geh deine Hände auf mich, ihr Schuss! Das ist Doc. Roger, Trailer ist inbound. Okay. Ja, ihr müsst ihr nicht folgen, Leute. Okay. Use the wand. Check for targets. Yeah, copy that. Cover me! Get in there now. Jetzt fangst du nicht los. Use the wand. Check for targets. Absolut. Mirror gun ready. We've got a trap by the looks of it. Really? Nobody inside. Can I follow you? Okay, let's stop. Hey, hey. Falling behind me. Copy that. Falling in. Ja, äh. Gut. Reach. Kick. Go, go, go. Anyone? Typ ist dahinter, also, fallt auf. Let's go ahead knock this door down. What a hell. Ja, nee. Das, das, das lass ich nicht auf mich sitzen. Wie, uh, what? Das ist, wow. Nice. Ja, dann, äh, nochmals. Let's go. Zum dritten Mal. Copy that. Falling in. Okay, kommt schon, Leute. Wir müssen das doch irgendwie besser schaffen. Okay, kommt schon, Leute. Zivillistin links. Rechts sind Schritte zu hören. Door locked. Was hab ich eigentlich noch was dabei? Ich hab doch gar keine Falle gel... Oh, Mann. Oh, Mann. Ich bin irgendwie jetzt schon zu schlecht für das Spiel. Ja. Was soll ich dazu bloß sagen? Copy that. Falling in. Really? What the fuck? Das Spiel ist so gnadenlos. Also, sie wissen zumindest schon mal, dass sie hier sind. Der Suspekt hat expired. Talk to Highground. Copy that entry team. Notifying trailers. Wo ist die Waffe? Okay. Like, you're in Weapon? Okay. Uh, Leute. Confirm order request. Oh. Provide cover. Going and gone, sir. Okay. Stag up, mirror, please. Use the mirror. Check for targets. Roger that, sir. Provide cover. On my six. Affirmative. Moving into your position. Sorry, ich hab dich noch nicht geholfen, bitte noch mal. All right. Roger that. Oh. We've got a trap by the looks of it. No more civilians. Trap. Wie kann man die Trap denn... Ja? Also, breach mit... C2. Und... Und, äh... Leute, bitte geht auf die Seite. Fall in. Fire in the hole. Copy. Coming to you. Okay. Open the door. Roger that. No. And she denied. Door locked. Wait, uh... Breach. Set by... Stinger. Charge the door. Then clear with Stingers. Roger that. Ja. Gemacht. Oh, mein Gott. Come on, dojdzie. Charge the door. Then clear with Stingers. Roger that, sir. Come on, dojdzie. Uh... John, yes. Hello. Anyone? Yes. Open it. Also haben wir es jetzt dann. Ja, alles gut? Kannst du die Tür jetzt bitte öffnen? Ja gut, die KI ist doch nicht so gut oder ich gebe ein Barsche Kommandos. Hey, wenn du jetzt zündest. Ich muss das irgendwie auslösen. Gut. Jetzt sind da irgendwie 5 Pack C2 dran. Leute. Habe ich das Spiel geschrottet oder was? Können wir jetzt bitte die Tür öffnen? Ja. Also. So. Go, go, go! Ich bin ein Flash. Fuck. I don't wanna die. Please, get down. Get on the ground. Now, hands up. No, I won't. Okay. Relax. So. Um. Nice tattoo. Talk to Entry Team. Proceed with Mission. Use the mirror. Check for targets. Copy that. Got the mirror here, sir. It's safe. No traps here. Engaging suspect. They're here. Put your hands up. Get on the ground. Now. Relax. See me open now? Other suspects? Suspect is secured. Okay. Talk to Element. Roger that Entry Team. Tag him and keep moving. Mirror for contacts. Yeah. Copy that. I don't see any traps. Engaging suspect. Move in and clear it. Open and clear. Alright. Copy that. Open and unlocked. They're here. Police! Show me your hands! No! Wait there! Flaschentaste. Sorry. Flaschentaste. Sorry. We've got a dead suspect here. Yeah, good. Talk to Highground. Proceed with Mission. You're dead, young man. Sorry. I'm going to press the grenade button. I'm going to press the grenade button. To the grenade button. I'm going to press the grenade button. Where are you going to go first? Use the mirror. Check for targets. All right, roger that. You got it. Got the mirror here. Fall in. Civilian inside. Cover this area. Roger that. Move in and clear it. All right, roger that. Look at that. It's open. Unarmed contact. Be advised. Okay. Lights stick away. Fall in. Move in clear. Yeah, copy that. Use the wand. Check for target. It's on it now. Cover me. We're gone ready. Getting there now. Can I change the team? Wait a second. Teamwork. Team, you can. Team, you can. Or it's genius. That was what command is for. Also man kann hier mega viel machen, man kann einfach sogar rufen und das wird geschossen Wie ist das? Ich schule in den Kommentaren Was war das? 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 Through the door and clear! Yeah, copy that. Light stick away. Mirror for suspect. Copy that. Mirror gun ready. He's got it. Okay breach. Open. Move in and clear it. Open for business. Unarmed contact. Fucker! Let's go! Hands up! Okay. Okay. Stay where you are. Get your hands off me. Civilian good to go for evac. Down on your knees! Police hands up! Notifying Morgue. Okay. Moving clear. Let's go! Roger that sir. Erste etage gecleared. On my 6. Alright. You got point. Move over there. Getting there now. Move to my front Copy, we're moving That's where I can see them Hands up Hands up, above your head Cover me Copy, moving now Hands up, above your head Hands up Down on your knees Stay still You look like the guys in the movies Nice guns Ball in Copy that entry team notifying trailers Hands up now, drop to your knees Good Good Don't talk to me loser Civilian cuffed and ready for trailers There's a technique not needed Talk reporting Talk copies all Proceed with your mission Use the mirror, check for targets Okay No need to worry There aren't any traps here One person Unarmed Okay Open and clear All right All right Roger that Look at that It's open One person Police Hands up Hands up, above your head Jeez Hands up Do it now Restrain targets Light stick out Okay, done Contact secured Get your hands off me It's a part of the job On my six Oh my god Get your hands off me You creep Get on the ground Now Trailer's incoming Move in and clear it Copy that I'm going Cover me Cover me Getting into position Okay Is it safe house? Äh, hä? Auch keine Trap, wenn ich das jetzt richtig seh. Wo sieht eigentlich das andere Team hin? Ich bin. Ich bin. Roger, ich bin. Spannend ist. Okay. Ein Civilian und ein King. Okay, Breach. Z2 Flashback. Go, go, go! Go! Police, hands up! Hands up! Above your hands up now! Drop your knees! Oh shit! Shit! The suspect has expired. Talk to high ground. Can I just let us ask you? You did your best. Proceed with mission. Shit. Shit. Drop it down! Oh shit! Heel! Leute! Das Spiel ist so knarrenlos. Das Spiel ist so knarrenlos. Das Spiel ist so knarrenlos. Nina ist verletzten. Ich bin auch verletzten. Okay, schade. Ich glaube das Kind habe ich reportet. Oder? Ich glaube schon. Okay. In diesem Haus sind wir fertig. Wir können gehen. Leute. Ich habe meine 6. Mirror für kontakt. Affirmativ. Es ist sicher. Obne einen schienen? Musik Und? Mal schweif. Okay, clear, clear. Go, go, go. Okay, dann müsste das hier eigentlich nicht. Andere Türen sind ins Haus hinein, wo wir ja schon waren. Keine. Okay, ja. Okay, dann gibt es die Türen. Use the mirror. Check for targets. Okay. Reach. Kick. Kick. Clear flashback. Ram the door. Deploy flashbacks. All right. Roger that. Anyone? Nobody? Reach. Kick. Flashbang Go, go, go! No one's suspect in Castle D Get your hands off me Suspect secured Talk to entry team Get your entry team Notifying medical Hat der dir ne Waffe? Gut Wenn ja Ey, mach so ja auch ne Flashlight dabei Wenn doch Schlau zu wissen Pepper Spray Match Flashbang Stinger Insolaneous Hä? Wie kann ich denn die Flashlight anmachen? Okay Long Tactical 5 Tactical 5 My Activision Moldy to a Pepper Spray Tablet Tablet? Moldy to Erick's Moldy to Erick's Moldy to Erick's Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Moldy to Egal weiter geht's On my six On your six Okay, was ist das Moving clear Moving clear Moving up Hands up Hands up Hands up now Drop your knees Get on the ground Get down on your knees On my six Copy, coming to you Cover me Getting into position On me Copy that, falling in Okay Okay, weiter geht's hier nicht Get your hands off me Oh my god Get your hands off me You creep Talk to High Cloud Affirmative Entry Team Provide support on me Affirmative Moving into your position On me Move to my front Moving up Moving up Stay on me Move over there Moving up Moving up Police Hands up Coming up You're blowing flashlight You're blowing flashlight And... Feen Sheen 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 Shit! Halt! Was? Wir haben ein Problem. Was? Halt! Suspekt. Suspekt vor. Wir haben ein Suspekt vor. Ich seh absolut nichts. Okay, ich geh jetzt nicht weit. Are you okay? Not really. On the ground, now! Provide cover. Affirmative. Open the door, clear it! Affirmative. Watch my six! Hands up! Do it now! Move to my front. Copy. We're moving out now. We're moving out now. What do we need to do? We're moving out now. We're moving out now. Move over there. Roger, on the move. Move over there. We're moving out now. Falling behind me. Copy. Coming to you. Provide cover. We're moving out now. Alter, wir sind nur noch zu zweit. Close the-fucking door. We're getting there now. Okay, save. Stay still. Get your hands off me! Oh my god, get your hands off me, you creep! Talk to Element. Roger that entry team, tag him and keep moving. Provide cover. Roger, on the move. Youngie, cover me please. Cover me. Down on your knees. Down on your knees. Hands up. Get down, I wanna see hands. Reach. Kick. Lead. Go, go, go. Put your hands up. Hands up, above your head. Get on the ground, now. Down on your knees. Alter. Down on your knees. He lost the step tube cheese. Suspect killed. Suspect killed. This is talk. Copy that entry team. You did your best. Proceed with mission. Down on your knees. 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 Falling behind me. Coming to you sir. Okay safe. Get down, I wanna see hands. Hands up above your head. Post up and cover. Roger. Ich bin hinter dir. Du rechts und links. Okay, safe. Alter. Okay, Crystal Meth Package. Inside ist Crystal Meth Package. Das andere haben wir. Kann man da hinten auch hinein? Okay, da waren wir schon. Waren wir da schon? Hallo. Sonst wäre kein Cameroy drin. Ja. Auf meine 6. Affirmative. Geh in deine Position. Da waren wir auch drin. Ja auch. Hä? Hä? Dann wirklich nur noch das zweite Meth Package. Sorry. Habe ich das irgendwo übersehen. Da. Ja. Ja. Ah. Kompliit. Ich glaub wir haben's. Ich glaub wir haben's. Okay. Ja gut. Lief halb gut. Lief halb in Ordnung. Trap Trigger. Trap Trigger. Trap Trigger. Wieso man? Friendly Fire 1. Und die zwei toten Offices ist nichts. Oder was? Na gut. Ah, da sind sie ja wieder. Mit dieser Idee. Gut. Äh. Ich würd sagen das war's mit dieser Folge. Von Ready or not. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ähm. Bis zum nächsten Mal. Ready or not. Tschüss. Tschüss.